Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Das darf er. So, dann düsen wir mal da hin. Schiffe feuern auf eure Siedlung. So, wie gesagt, das werden wir jetzt halt wirklich machen. Wir werden jetzt unsere Siedlung bewachen. Eines eurer Schiffe wird angegriffen. Okay, und da ist die Frage, was macht der jetzt noch hier? So, und der da auch, eigentlich. Da und da. Eines eurer Schiffe wird angegriffen. So, dann können wir dich noch mal nehmen. Dich will ich übrigens nach hier oben fahren. So, dann kann ich zu dir sagen. Eines eurer Schiffe wird angegriffen. Ja, 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 ich muss es mal beobachten. So, ihr geht noch mal da hin. Dann warst du noch mal hier oben. Da wollte ich mal schauen. Haben wir wieder Kanonen? Ein paar. Natürlich nicht bei Weitem, bei Weitem nicht genug, aber ein paar. So. Die zwei. Oh. So, als erst mal du reparieren. Du solltest aber jetzt eigentlich mal dahin flitzen. Du wärst ja beinahe abgesoffen. Ein Schiff wurde repariert. So, dann kannst du da runter und dann gehen wir noch mal hier oben hin und sagen, hier mal reparieren. Ein Schiff wurde repariert. Okay, dann kannst du wieder auf Rute. Und dann kannst du dich reparieren. so und dann haben wir da das nächste schiff das angegriffen werden möchte euer konkurrent hat ein neues schiff gebaut das braucht er halt vor allem auch ein schiff wurde repariert so super kannst du wieder hoch und dann kann man bei dir eigentlich mal sagen also du bist jetzt er dann kannst du da auch mal reparieren und dann kann man zu dir noch mal sagen und dann kann man mit dir nämlich eigentlich ach egal eines eurer schiffe wird angegriffen so sind wir nämlich hier wieder da unten gut und dann müsste das schiff wenn es da oben jetzt repariert wird ein schiff wurde reparieren dann kannst du auch mal wieder nach unten flitzen so bei dir oh ja jetzt erst mal hier ach die bleiben jetzt mal alle hier sind alle ein bisschen angeschlagen aber die bleiben alle erst mal da so und dann würde ich euch neuer konkurrent hat ein neues schiff gebaut nehmen und den da angreifen so die sind jetzt momentan fünf das andere schiff kommt ja bald und momentan ist hier noch alles in ordnung und in butter so wir speichern noch mal spielstand gespeichert so dann können wir hier noch mal gucken drei tonnen da ist die überlegung da ist die überlegung was mache ich denn als nächstes ok das gehört auch zu eins aber die lasse ich da mal liegen so zwei kanonen brauche ich für ein kanonier oder ich meine ja das heißt wenn ich vier kanoniere für den turm dann brauche ich acht kanonen so da habe ich momentan vier ich weiß es ist extrem eng gerechnet wenn wir ja auch sterben werden und es natürlich auch so ist da dass er ja seine trümmel wieder aufbauen wird ok dann machen wir mal wieder eine kleine aufnahme pause ich bedanke mich an dieser stelle für die aufmerksamkeit wünsche euch noch eine tolle zeit und auf wiedersehen so da sind wir wieder und wir schauen mal was wir denn schon technisch realisiert haben ok wir müssen also quasi noch die kanonen holen ähm genau so dann ja gespeichert haben wir ja äh beziehungsweise geladen haben wir ja gerade so wie gesagt wir müssen mal gucken was denn eigentlich gerade der aktuelle stand ist das ist irgendein schiff das ist das was ich repariert hatte war das ein zweier ja wahrscheinlich schon dann würde ich da unten nochmal hingehen und sagen steuerung 1 so das ist ja dieses eine schiff mit den drei kanonen wovon ich acht haben wollte mindestens so und du gehörst bei mir auch eigentlich zur steuerung 1 dazu euer konkurrent hat ein neues schiff gebaut darf er so 1 ist 1 krieg 1 schiff steuerung 1 passt schon speichern der spielstand gespeichert das war jetzt der falsche spielstand den ich überschrieben habe ich wollte den spielstand gespeichert aber das ist ja jetzt eigentlich auch egal weil wir sind jetzt in dieser situation und wir müssen da jetzt halt einfach durch das sind vier tun so jetzt sind wir wieder auf dem stand von vor dem speicherstand würde ich sagen gut und dann würde ich zu dir hier sagen komm 1 1 krieg auf den so dann könnt ihr hier wieder hier runter und ihn vernichten du bleibst da unten in der oben so dann gehen wir noch mal hier hin und schauen mal sechs okay noch zwei und dann würden wir mal runter flitschen so will ich gerade noch ein schiff bauen ich glaube gerade nicht so wie saut es mit dem kanon aus eigentlich erstmal noch ganz normal okay der pendelt gerade so ein bisschen so wir speichern gesichert und dann schauen wir noch mal hier oben zack immer noch nicht okay ist egal es dauert jetzt halt einfach nur eine beschränkte zeit b b b b b b b b so so der konkurrent erweitert seine flotte er braucht euer konkurrent hat ein neues schiff gebaut spielstand gespeichert okay und dann würde ich mal hier noch mal gucken dann haben wir jetzt die zwei tonnen eine okay dann machen wir aus dir steuerung zwei bitte wie schaut es jetzt aus immer noch nicht wie schaut es hier aus null wie schaut es hier aus immer noch nicht ich bin gerade ein bisschen ungeduldig so okay wenn der jetzt nicht angeschissen kommt dann ist es mir egal weil seine Routen darf er ruhig fahren da habe ich nichts gegen es geht mir ja wirklich nur um die Insel aber es sieht mir gerade so aus als ob er ärger will okay 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 du bleibst mal hier dann kommt immer darunter so du hier bitte jetzt mal sagt wir flitzen jetzt mal darunter mit dem wieder renoviert das für ihn also ich dann jetzt da unten vielleicht schon mal macht ist eine kasse eine große boot und wir würden da lang gehen so kann man hier mal ein bisschen roden und dann würde ich kanoniere sagen etwa drei vier fünf so gesichert wunderbar so dann bilden wir die halt aus ja das hätte ich schon früher machen können fällt mir gerade ein du 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 Ooooohrr̯, rr̯, rr̯, rr̯r̯蘸소. Eure Siedlung wird beschossen So, dann würde ich hier ihr dieses Schiff und zwar ausladen Eines eurer Schiffe wird angegriffen Ach ja, dann sollte ich da vielleicht einen Weg hinbauen So So, dann greifen wir euch mal an Unerbittlich brennt die Sonne auf eure Felder Der Boden trocknet aus Spielstand gespeichert Also manchmal ist die Steuerung echt nervig Neue Soldaten sind verfügbar Gut, und dann würde ich äh, zu dir auch mal sagen Ja, von uns Okay. So, was... Was wir hier jetzt halt wirklich machen müssen, ist einen Weg finden. Wie gesagt, die Flotte erweitern, das darf er prinzipiell. Hier geht es wirklich nur darum, dass er die Insel aufgibt. So, den Baum. So. So. Das ist halt sexy. Wer wäre, wenn das Ding hier verschwinden würde? Eine Einheit wurde ausgebildet. So, dann kann der da hin. Können wir den angreifen? Ja, können wir. Eigentlich könnte man den da auf Steuerung freisetzen und zum Reparieren schicken.